Tag auch, Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit am Start seid hier auf Königsblau.tv. Mein Name ist Kesti und ja, hier geht es um die aktuellen Themen auf Schalke. Und ihr wundert euch vielleicht, wo ich heute bin. Ich bin ab jetzt öfters hier und zwar habe ich ja eine neue Freundin und die hat netterweise mir hier eine kleine Ecke zur Verfügung gestellt, wo ich meine Videos machen kann. Und ja, da muss ich nicht extra immer nach Hause fahren, wisst ihr, dies, das, Ananas. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das hier machen kann und freue mich total darauf, euch auch in Zukunft hier mit Content versorgen zu können. Aktuell ist es sehr rund, sehr rund, sehr rund ist auch sehr gut, sehr ruhig auf Schalke. Rund ist alles andere eigentlich. Sehr ruhig auf Schalke, natürlich deswegen, weil die EM läuft. Ja, Deutschland gestern 5-1 gewonnen. Ich habe es zufällig auch getippt, ja. Liebe Grüße gehen raus an meine Arbeitskollegen, ja. Und da habe ich nämlich das Tippspiel jetzt gewonnen. Ja, da könnt ihr auch mal sehen, was für ein absoluter Experte hier sitzt. Mein Spaß, ihr wisst es selber. Ich habe nur Ahnung von Schalke 04 und deswegen gibt es auch nur Schalke 04 Content hier. Aber dennoch, ich habe mich sehr gefreut. Ich fand es ein sehr, sehr geiles Spiel, hat richtig Spaß gemacht. Und ja, schauen wir mal nach, was jetzt aktuell auf Schalke los ist. Wir haben eine Neuigkeit im Grunde genommen nur. Und zwar wird in Zukunft weiterhin Mehmet Can Aydin oder wieder Mehmet Can Aydin den rechten Flügel oder die rechte Seite bei uns in der Felddienst Arena beackern. Und ja, regelmäßig da flügen. Und ja, ich finde, das ist eine gute Nachricht auf jeden Fall. Ich freue mich total, dass Memo wiederkommt. Memo ist für mich ein Spieler, der mithalten kann in der 2. Bundesliga. Der absolut stark genug ist, um wirklich Druck nach vorne zu machen und Power nach vorne zu machen. Als wir ihn das letzte Mal abgegeben haben, fand ich ihn noch ein bisschen zu inkonstant. Ich hoffe, dass er das jetzt gelernt hat, dass er da wirklich regelmäßig auf seine PS dann auch kommt. Und dass er uns regelmäßig mit Torvorlagen wie auch Toren dann versorgt und vor allen Dingen die rechte Seite zumacht. Das war ja das größte Problem bei uns in der letzten Saison, dass wir auf der rechten Seite wirklich Spieler teilweise hatten, die einfach nicht das gemacht haben, was sie machen sollten. Ja, mit Cedric Brunner, wie auch mit Henning Matriciani oder zum Schluss Brandon Soppy. Wer hat alles auf der Position gespielt? Unglaublich. Ja, und Mehmet Can Aydin soll das in Zukunft zusammen machen mit Adrian Gantenbein. Der ist ja vorher gekommen vom FC Winterthur und die beiden werden sich in Zukunft um die Position streiten. Ich finde, wir haben zumindest einen, auf den wir uns da jetzt halbwegs verlassen können, nämlich Mehmet Can Aydin. Das ist schon mal gut. Bei Adrian Gantenbein ist einfach noch eine absolute Wundertüte, was mit dem passiert. Ich finde, das kann natürlich richtig gut gehen. Er hat richtig coole, richtig gute Stats auch in der Schweizer Liga. Allerdings ist Zweite Bundesliga einfach nochmal ein anderer Schnack und das haben wir auch an Rheini Ranftel, wenn auch aus Österreich kommt, gesehen, was das eine Bürde sein kann, auf Schalke zu spielen. Und Mehmet Can Aydin hat jetzt auch schon einiges gesehen, ist auch schon erfahrener geworden und ich glaube, dass das wirklich jetzt passen kann. Er hat noch einen Vertrag bis 2025 und ich bin gespannt, wie es da weiterhin läuft, ob er sich da durchsetzt kann und ob wir den dann auch nochmal verlängern. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen, wenn wir mit Mehmet da jemanden hätten, der die Seite eben dicht macht und Power nach vorne gibt. Ja, damit ist der rechte Flügel besetzt. Der linke ist es auch schon. Ja, da ist ja Anton Donkor jetzt als Neuzugang gekommen. Ja, der soll da ja wirklich Druck machen über die Seite. Ist ja auch ein Offensivspieler eigentlich ursprünglich gewesen, Anton Donkor. Und wen wir da sowieso noch haben, ist der John Merkin, wenn er nicht noch verkauft wird. Also, über die Flügel sind wir da mittlerweile sehr gut aufgestellt. In der Innenverteidigung allerdings haben wir noch echte Probleme. Dort nach wie vor nur Kalas und Kaminski eigentlich am Start. Klar, Cissé auch, aber Cissé, wissen wir alle, ist eine absolute Wundertüte auf der Position. Und mit Kaminskis Leistung in der letzten Saison sollten wir auch nicht allzu zufrieden sein. Ja, ein bisschen Anspruchs dürfen wir dann doch noch haben. Das war nämlich wirklich zu wenig. Und ja, da sollen jetzt auch noch zwei neue Innenverteidiger kommen. Außerdem soll die Zentrale noch stärker besetzt werden. Und auch neuer Stürmer, wenn nicht sogar zwei neue Stürmer. Je nachdem, ob Kierke Topp jetzt noch verkauft wird, was ja sehr, sehr wahrscheinlich ist. Ja, Vereine sind ja auf der letzten Ziel geraten. Und ja, dementsprechend mal gucken, wie es da weitergeht. Also Kaderplanungstechnisch noch einige große Fragezeichen auf Schalke. Was passiert auch mit den Spielern, die jetzt aktuell noch im Vertrag haben wir dann gehen sollen. Dominik Drexler beispielsweise, mit dem übrigens noch unter Karre Gerrerts der Vertrag verlängert wurde. Ich bin mir nicht sicher, ob es damals unter einer Option dann tatsächlich passiert ist. Aber auf jeden Fall bei der Vertragsverlängerung gab es auch nochmal ein Lob von Karre Gerrerts und zu Dominik Drexler. Insofern, ja, auch nicht optimal gelaufen, die ganze Situation mit ihm. Aber gut, so ist es. Und die Situation müssen wir jetzt annehmen als Verein und müssen unseren Verein auch supporten. Ja, auch bei aller Kritik, die ich auch regelmäßig übe. Und bei meinem ganzen Sarkasmus, den ihr jetzt auch erlebt habt in den letzten Wochen und bei aller Ironie. Support, support, support für Schalke 04. Hier rausballern, rausknallen und, ja, wir müssen da einfach hinter unserem Verein stehen und rausknallen. Und alles andere ist, ja, einfach Sarkasmus und Ironie, um auch, ja, sich manche Dinge einfach damit besser umgehen zu können, ja. Okay, Leute, macht es gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Und ich weiß, es ist noch ein bisschen, ja, ein bisschen kahl hier die ganze Geschichte und noch ein bisschen, ja, noch nicht ganz rund. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin und das wird beim nächsten Mal auch schon sehr viel bunter aussehen. Auch so, ich bin jetzt hier also quasi doppelt ausgerüstet. Ich kann jetzt von hier aus Content machen, wie auch mobil, ja, wenn ich die Sachen eben mitnehme, wie auch eben von zu Hause aus. Insofern, da brauche ich gar nicht großartig was mit rumschleppen. Das ist echt eine geile Geschichte jetzt hier. Und, ja, das war es damit für heute, ne. Leute, macht es gut. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, gerne ein Abo dalassen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Genießt die EM vor allen Dingen, ja. Es ist ein Traum, also ein Eröffnungsspiel. Besser geht es nicht. Ja, hat richtig Bock gemacht. Da kommt schon wieder richtig Feeling auf. Und, ja, das, ich, für meinen persönlichen Teil, die könnte es ja gerne mal reinschreiben, ja, feiere die EM jetzt total und genieße die Zeit jetzt einfach. Aber, ja, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Macht es gut. Bis dahin und Glück auf. Ciao, ciao. Herr Manga, ich möchte reden. Ich habe ein paar Neuverpflichtungen vorzuschlagen. Wie sieht es aus mit Boris Tomiak vom Kaiserslautern. Hallo. Marketingabteilung. Wir müssen reden.